Und holt euch die Gratis-Items. Die sind ab 16 Uhr verfügbar, also ziemlich jetzt genau. Dann kriegt ihr insgesamt drei Gratis-Items. Können wir uns gerade auch ganz gerne nochmal anschauen. Hier seht ihr Royal Cube. Das ist eine Lackierung, die ihr bekommt. Leider nicht dieses Ziel erfasst. Das hätte ich jetzt ganz gerne gehabt. Aber okay, dann ist es halt die. Gratis ist ja besser als gar nichts. Schauen wir uns das andere auch nochmal an. Das ist der Loading-Screen. Das kennt ihr ja schon. Das wurde ja schon mal veröffentlicht. Aber dann habt ihr das Ganze auch als Ladebildschirm in-game. Das ist ganz nice. Und dann bekommen wir noch das Ding hier dazu. Sieht auch extrem spektakulär aus. Auch das ist dann gratis. Also die drei Items sollen wir gratis bekommen. Passend zum Live-Event, was nachher natürlich startet. 22 Uhr. Ich werde auch live sein. Schauen wir mal, was der Stream so ergibt. Aber ich bin jetzt schon gespannt. Auch wenn viel geleakt ist. Nichtsdestotrotz, ich freue mich drauf. Und wie gesagt, loggt euch ein. Und dann bekommt ihr diese drei Gratis-Items. Viel Spaß damit. Bis zum nächsten Mal.